Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 4. April. Ostermarkt in Wiesbaden, endlich ist alles so schön normal. Wiesbadener FDP will Englisch als zweite Amtssprache. Neues zum AWO-Skandal, wie geht es nun mit Peter Feldmann weiter? Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Viel los war am Wochenende in der Innenstadt durch Ostermarkt und verkaufsoffenen Sonntag. Grund für das ausgedünnte Kunsthandwerksangebot könnten neben Corona die hohen Gebühren sein. Es duftet nach Grill, von der Bühne tönt Popmusik, Hasenhelfer verteilen Schokolade und das Kinderkarussell dreht seine Runden. Die Sonntagmittagsszenerie auf dem Mauritiusplatz erinnert an frühlingshafte Vor-Corona-Zeiten, in denen der Ostermarkt den Startschuss für den Wiesbadener Feste-Kalender bedeutete. 2020 fiel er pandemiebedingt komplett aus, 2021 fand er unter Auflagen statt, allerdings ohne verkaufsoffenen Sonntag. Das ist dieses Jahr anders, ein Großteil der Geschäfte öffnete in der Innenstadt begleitend zum Ostermarkt die Türen. Und die Kunden kamen nicht nur zum Schauen, wie manche Einzelhändler zuvor befürchtet hatten. 70% der Menschen, die reinkommen, kaufen auch etwas, zeigte sich etwa Frank Mayer vom Feinkostladen Olio Ceto in der Schulgasse zufrieden. Zudem sei auffällig, dass viele Kunden von außerhalb kämen, was ein Anreiz für künftige Besuche der Wiesbadener Fußgängerzone darstellen könne. Die FDP-Fraktion im Wiesbadener Rathaus spricht sich dafür aus, Englisch als zweite Amtssprache zu etablieren und die Fremdsprachenkompetenz in der Verwaltung auszubauen. Das stärke das Vertrauen von Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen, in das Handeln der Verwaltung, erhöhe die Servicequalität und Beugemissverständnissen vor. Viele scheitern sonst schon beim Beantragen eines Führerscheins, kritisierte der FDP-Fraktion-Chef Christian Diers in der Stadtverordnetenversammlung. Er plädierte dafür, die Englischkenntnisse der Beschäftigten in der Stadtverwaltung zu erheben, sie gegebenenfalls weiterzubilden und bei der Einstellung neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Fremdsprachenkenntnisse zu achten. Künftig sollten außerdem auch alle digitalen Verwaltungsdienstleistungen auch in englischer Sprache angeboten werden. Es wird nicht nur künstlerisch und architektonisch ein neuer Hotspot auf der Wiesbadener Kulturmeile. Auch gastronomisch überlässt Reinhard Ernst bei seinem Museum an der Wilhelmstraße 1 nichts dem Zufall, wie jetzt bekannt wurde, wird Günther Gollner vom Restaurant Das Goldstein den Betrieb des Museumsbistros übernehmen. Unter dem Namen Rühl Nummer 1 bei Gollners wird der bekannte Wiesbadener Gastronom dann dort die Gäste auf etwa 70 Plätzen drinnen und knapp 100 Plätzen auf der Terrasse bewirten. Die Terrasse reicht bis fast zum Bürgersteig der Wilhelmstraße, hier wird man auch noch die Abendsonne genießen können, freut sich der Kunstsammler und Museumsstifter Reinhard Ernst bei einem Rundgang durch den Rohbau. Neues zum AWO-Skandal, dem Frankfurter Oberbürgermeister droht die Anklagebank, trotzdem kommt ein Rücktritt für ihn nicht in Frage. Wieso sich die Fraktionen bisher vor einem Abwahlantrag scheuen? Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann, SPD, lehnt einen Rücktritt ab. Ich bin nicht schuldig. Und das werde ich im Rahmen des Verfahrens beweisen, ich bin auch nicht korrupt, sagte der SPD-Politiker am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung. In einer zuvor veröffentlichten Stellungnahme hatte Feldmann die Vorwürfe gegen ihn als haltlos und maßlos bezeichnet. Der Oberbürgermeister will auch nicht sein Amt ruhen lassen. Ich werde mich nicht verstecken, sagte Feldmann, als er von einer Delegationsreise der Stadt Frankfurt nach Singapur zurückkam. Dass er angesichts der Anklage gegen ihn überhaupt zu der Reise mit Wirtschaftsvertretern aufbrach, wurde von Kommunalpolitikern als unpassend angesehen. Aber Feldmann ist ein Wegstecker. Dass er wie so häufig Probleme weglächelt und Vorwürfe gegen ihn aussitzt, wird ihm von der Opposition, aber auch von der mitregierenden FDP vorgeworfen. Die Frage bleibt dennoch, ob sich eine Stadt von der Größe und Bedeutung der Metropole am Main einen Oberbürgermeister unter Korruptionsverdacht leisten kann. Die Corona-Lage in Deutschland, die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert-Koch-Institut, RKI, gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1.424,6 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 1.457,9 geleden. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.700,6. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 41.129 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI von 4 Uhr und 55 Minuten wiedergeben. Vor einer Woche waren es 67.501 Ansteckungen. Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Alle Infos zu diesen Themen finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio.atvrm.de